Die was? Die I.P. Die was? Die I.P. Achso, ja, hab ich. Jetzt hat das verstanden. Ja, wir haben grad von KNOCKBUCK geredet, also hab ich etwa mal IP mit IP abgekürzt. Nur damit ihr das versteht hier. Ja, nur leider hast mich damit total verwirrt. Tja, also hat's doch geklappt, was ich vorgehabt hatte. Nee. Hau auf! Das würd ich mal knapp nennen. So, werf Tom fast abgekratzt. Wie macht man das Gras-Schwert eigentlich? Muss man das finden? Nö, das kann man genauso wie den grappling hook craften. Oh, was passt denn? Deswegen brauch man irgendein Schwert und wieder diese scheiß Rosen und was weiß ich. Aha, dann kann ich gleich mal schauen. Hätte ich meine Welt hier hin müssen, hätte ich mich noch unheimlich tief in den Scheiß. Gras-Schwert. Blade of Grass. Braucht man einen Silberbreitschwert, eine... Eine... 40 Rosen und 20, äh, Stacheln. Wo kriegt man die scheiß Rosen her? Cool, eine Blowpipe. Habt ihr die Kiste schon gesehen hier? Äh, keine Ahnung, kann aber sein. Also wir müssen diese Stacheln sammeln hier. Ich habe bereits 5, 20 braucht man. Und man braucht, ähm... Noch ne Blowpipe. Nein. Braucht man nicht. Ne, ich mein, hier hab ich noch eine gefunden. Ja, ich weiß. Ähm, was wir dann noch brauchen ist, ähm... Diese Dschungelrosen halt. 40 Dschungelrosen und... Ach man, wenn ich, wenn ich dieses Scheiß-Set da hab, dann hab ich ja... Wie viele Dschungelrosen hast du denn? Ey, hier, Dingens... Clemy und so, willst du doch die Boots haben? Ja, warum nicht? Mein Set, das bringt gar kein Licht, wenn ich mich bewege. Das ist halt logisch, schön, dass du nur halb an hast. Ne, mein Set hab ich ja so an, aber wenn ich, äh, da drüber, äh, hier dieses Fashion-Set anhab. Ja, das ist klar. Ach echt? Egal, ich will trotzdem den Schatten haben. Oh, ich hab hier so'n, so'n, so'n... End-Eater. Aber ich hab das Item nicht da rausbekommen. We, me, Jungle-Rose, Jungle-Rose. Ich hab echt noch keine Belmontare. Oh, hier ist ein Pinky. Okay, ich weiß, wie es die Dschungelrosen gibt. Hast du schon welche, Clemy? Warte, ich kann gleich mal schauen. Ähm, ja, sieben Stück. Wir brauchen vierzig Dschungelrosen. Und ein bisschen Silber brauchen wir da halt noch. Müssten wir ja irgendwo herkriegen. Irgendeiner von euch hatte doch Silber. Loll, Achtung, pass auf, der Matt verrutscht jetzt. Ja, ich hab drei Silber. Sie verrutscht, Matt. Weiß ich nicht. Hab ich vorhin schon gesagt, damit hab ich selbst Matt gemacht. Okay, dann werden die sicherlich gleich sterben, aber scheiß drauf. Ich hab genug Haltränke dabei. Viel Spaß, wenn du dich nicht mal bewegen kannst, bringen die auch nichts. Ach echt, ich hiel mich einfach so oft, bis ich mich wieder bewegen kann. Oh, hier ist ne fliegende Insel. Dschungelrose, äh, ungefähr. Ah, hier war anscheinend schon irgendwer. Jo. Ja, die drei fliegenden Insel, gibt ja nur drei, wurden schon geplündert, würde ich mal sagen. Okay. Von den Meguisten. Ja, eine davon hatte ich. Hab ich dir das Hubeisen gegeben. Wer hätte das gedacht? Wie viele Dschungelrosen hast du mittlerweile? Zehn. Oh fuck, Tom, gib mir mal eben eine Liane wieder. Okay. Du wolltest mir grad Dschungelrosen geben, oder? Nö. Kingslime, wo ist der? Kingslime has a wo, what? Woa, ich hab ihn gefunden. Woa. Woa, alter, das ist voll das fette Feed ist bei mir hier. Bist du an der Oberfläche? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mach das weg, mach das weg. Bist du in unserem Haus? Nicht töten. Nein, in der Corruption. Nein, in der Corruption. Ja, nicht töten. Haha, 2000 AP. Ja okay, aber. Ja renn weg, alter. Tue ich doch, ich renn mal einfach eure Richtung. Kommt jetzt so schnell wie möglich hoch. Aber wir müssen eine Silber hier noch abbauen, das brauchen wir. Fürs Schwert. Jo, ich bau noch währenddessen noch ein paar Jungle Roses ab. Ja, ich kann auch nicht ewig vor ihm wegrennen, ne? Doch. Echt? Weißt du wie fett das viel ist? Nö. Ja, ich steig ja schon so schnell nach oben wie ich nur kann. Ich hör schon die Bossmusik. Ich noch nicht. Ah okay, jetzt hör ich so. Ja, ich bin auch fast über euch. Ah, ich muss dich mit dieser Kakliani hier hochholen. Da steckt irgendein Vieh in diesem Schleim. Hier geht's nicht raus. Also lass mal nach oben graben. Einmal nach oben kommen. Ich bin jetzt genau unter der fliegenden Insel, ich bleib jetzt hier unten. Weil hier steht so ne Wand von Tom, die er da aufgebaut hat. Oh mein Gott, da kommt er drüber. Warte mal eben. Hab ich hier noch Heiltränke? Jo, hab ich noch. What? Es gibt bessere Heiltränke, ey. Nö, es gibt noch schlechte. Ja, die gab's schon so eine Weile. Ach echt? Ja, hab ich noch nicht gemerkt. Schlecht. Wir haben beide Raketenstiefel. Nö, ich nehm meine Diane. Ach, das ist alles so aus. Okay. Kommt immer bald. Der Jumper ist hier gleich schon vorbei. Die sind dabei, man. Boah, wir kommen hier nicht nach oben. Spiegel. Benutz auch den Spiegel, Dani. Haha, ich hab keinen. Ja toll, jetzt bist du viel weiter weg. Das geht aber schneller. Wir waren so weit unten. Ja, wir hätten 500 Meter, ey. 500 feet nach oben graben müssen. 500 feet nach oben graben. Ja, ich guck mal, dass das Vieh nicht aus meinem Bildschirm kommt. Also, ich lass das mal so ein bisschen verfolgen. Jumper fett ist viel, Alter. Oh man, und ich muss immer noch walken, Alter. Das ist ja echt scheiße. Das geht irgendwie über 10 Blöcke oder so. Nice one. Lol, und jetzt ist das vor mir ein Bonnie zerrissen. Kingslime, der Schrecken aller Noobs. Recht. Ich frag mich, was das für ein Ding droppt. Frag mich auch. Tom ist schon 400 Meter vor mir. Das geht. Loot ist ja bekanntlich das Wichtigste aus Spielen. Ich wärme schon mal vor. Ich will aber auch noch sehen, dass der Sand schließend tot ist, wenn ich komme. Ne, ne, ich achte schon drauf, dass es für die Kamera heile bleibt. Ja, super. Die Kamera ist 500 Feeds vor mir. Tja. Das ist dein Problem. Das Schlimme ist nicht die Kamera, sondern dass es der Egoist ist. Ja, genau. Der ist da drin, Alter. Weiß nicht, irgendein fettes Vieh. Okay, glaube ich. Okay, glaube ich. Ich glaube, bei dem Freitag haben wir nur einen NPC. Kann sein. Mach das weg. Ja, der ist übrigens gleich tot, Flemmy. Hä? Schnell bevor Flemmy da ist. Mein Körper. Das ist ein Power. Ja. Oh, scheiße. Oh, ich seh's. Ich hab's gesehen. Schlecht. Oh, diese scheiß Kakteen, ey. What the fuck? Ich hab ein Ninja-Shirt bekommen. Ich hab ein... Gar nichts bekommen. Wie das aussieht. Aber das ist übelst praktisch hier im Wasser. Scheiße. Ich hab ein Ninja-Shirt nur zum Style. Habt ihr noch irgendwelche anderen Items? Hast du irgendwelche Ninja-Boots, Dani? Was? Ninja-Stiefel. Und wo? Stirb man-Eater. Nee. Nice. Ich hab nur die Necro... Ey, komm mal hier, Dingens. Clemy. Nimm mal eine Scheiß-Stiefel. Ey, mein Leuchteffekt ist ja immer noch nicht. Ja klar, brauchst du das komplette Set. Ops. Kann ich wenigstens einen Hut anders machen. Ich hab ein Schaden bekommen. Ich hab ein Moonglow bekommen, was will ich fernleisch. Ich kann nicht mal den Hund anhaben. Was bräuchten Moonglow? Das ist ein Scheiß. So, wir brauchen noch Jungle-Rows. Kannst du mir durch Jungle-Rows geben was? Ah, wie für brauchst du dir? Wie für Lasten? 10. 40. Brauchen wir. Dann brauchen wir noch 10. Okay. Also den King-Slam haben wir auch schon gesehen. Was fehlt es noch? Es fehlt das Hammer-Ding. Es fehlt das Hammer-Ding. Aber es ist groß, hässlich. Es ist groß, hässlich und blau. Aber die ganzen neuen Viecher hier, das ist verdammt gut gemacht, ey. Das ist echt nice. Ich glaubst du bald dann irgendwann was anderes Neues kommt. Können wir mal wieder ein paar extra Sachen drehen, ne? Ja. Wuhu. Ah ja, wir wollten jetzt noch Lichtschwerter machen. Ah, die sind aber nicht so toll, die leuchten nicht mehr. Ah, die Lichtschwerter, wir brauchen die schon. Weiß nicht, einige wollten die sehen. Na gut, dann machen wir eben welche. Und ich hab die ganzen Edelsteine verkauft. Hat nicht jemand von euch die? Hm? Hm, ich hab die alle in die Geste getan. Alter, wenn du die alle verkauft hast. Hab ich. Depp. Die grüßt. Ich hab die ex noch für das Lichtschwerter reingetan. Okay, dann können wir das auch vergessen. Ihr habt nicht irgendeinen Charakter von euch Lichtschwerter? Ich. Na dann. Welche? Äh, ich hab mir, glaub ich, ein Blaues gemacht oder sowas. Okay. Kannst du das ja dann irgendwann mal holen? Jo, kann ich gleich machen. Wir müssen nur Jungle Roses finden. Wir sind zu weit, hier hört der Dschungel schon wieder auf. Ja, wollte ich auch gerade sagen, wie weit willst du eigentlich noch rein? Wuuuuh, Raketenstiefel sind aber richtig cool. Ich komm mal mit. Ein Glück, dass ich sie nicht hab. Äh, wo seid ihr denn letztes Mal hier reingegangen? Hier? Glaub ich. Jo. Ja, offensichtlich sind wir hier nicht reingegangen. Ist ja egal. Boah, ich muss mir mal meine Schwimmflossen holen. Ich muss hier nach unten durchkommen ohne zu ertrinken. Das ist sehr wichtig. Komm schon, spiel beeindruckt. So, ich bin schon durch. Ey Tom, ich wundere, dass du nicht hier reingegangen bist. Ich bin viel besser. Hier geht's auch nicht anständig weiter. Hier ist kein Höhlenkomplex. Boah ey. Hier wird den ganzen Scheiß Dreck über mir weggebaut und auf einmal fällt alles runter. Ich bluck mich hier wieder durchs Wasser. Klack, 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 klack. Keine Ahnung. Ah, Luftloch. Komm schon. Nein. Nicht die Seite kaputt. Was machst denn du da immer die Seite kaputt? Weiß nicht, nicht ertrinken. Und sterbt ihr schön. Boah. Jetzt machst du immer die falsche Seite kaputt. Wieso? Da ist ein Unterschied. Nicht mehr, du hast bei mir immer ein Loch reingemacht. Also immer mein... Mein Ding ist zerstört. Ich hab gar nicht zerstört. Doch, die Kante von der Luft war. Nein, ich hab nur links... Löcher gemacht. Jaja, würde ich jetzt auch behaupten. Erst mich umbringen wollen und dann labern. Ja. Du bist gestorben. So viel dazu. Ich weiß nicht, ob's dir schon aufgefallen ist. Nee, also das wär mir jetzt nicht aufgefallen, wenn ich an da die Stelle gewesen wäre. Weiß dann steht auch nur... Ich stehe da noch ganz fett über dem Bildschirm Yuga Slane. Ja, wer weiß vielleicht, dass es ja nicht gemerkt. Ja, natürlich sowas mag man nur schlecht nicht. Auf jeden Fall. Wie viele von den Stacheln habt? Habt ihr? 4. Jungle Roses. Wieso? Brauchen wir die Stacheln? Ja, da brauchen wir 20 von. Wir brauchen 40 Jungle Roses. Dann hab ich ja alleine genug, um mir selber eins zu bauen. Nur so'n Gras Schwert hast du genug. Außerdem brauchen wir noch nen Eater of Worlds. Ja. We need a second corruption, guys. Wieso wir können auch selber Eater of Worlds beschwören? Hast du die Items? Nö. Aber ihr habt die auch nicht behalten. Zum Beispiel diese Rotten Chunks braucht man welche und diese Zähne. So, ich hab fast 40 Jungle Roses.